Der 1. FC Köln Der 1. FC Köln Der HSV hat das Handicap, dass er nach wie vor ohne Uwe Seeler spielen muss. Aber erstmals ist heute Torhüter Schnorr wieder dabei. Auch die Kölner müssen auf einige Leute, zum Beispiel auf Nationalläufer Weber und Wilden verzichten. Aber sie haben so viel routinierte, eingespielte Kräfte, dass ihnen das nicht viel ausmacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit steht es 0 zu 0 unentschieden. Aber jetzt kommt der, der rechts außen aus dem Hinterhalb spielt nach innen. Und der Schuss kommt, Giesemann schießt, abgewehrt durch Pott, Nachschuss aus dem Hinterhalb. Und diese erste Spielminute der zweiten Halbzeit hatte mehr Brisanz und mehr Feuer als vielleicht die 45 Minuten der ersten Halbzeit insgesamt. Hämmersbach gibt weiter zu Sturm, dem Mann mit dem großen Aktionsradius, der zum blonden Thielen, der am rechten Flügel steht. Und Thielen will ein Dribbling allein auf eigene Faust, wird aber von zwei HSV-Spielern in die Zange genommen. Und da entscheidet Schiedsrichter Heumann aus Ansbach einen indirekten Freistoß wegen Sperrens ohne Ball. Vielleicht die letzte Chance in diesem Spiel, alles im HSV-Strafraum versammelt. Da kommt der Ball nach innen. Kopfball von Müller und genau auf Schnoor, der sofort nach unten geht und diesen Ball unter sich begräbt. Dieser letzte Freistoß, der nach innen gespielt wurde, war die letzte große Chance des deutschen Meisters in diesem Spiel. Und es bleibt beim 0 zu 0 unentschieden, einem Verlustpunkt, der den ersten FC Köln vielleicht noch teuer zu stehen kommen kann, im Endkampf der diesjährigen Meisterschaft, im Wettlauf mit Spitzenreiter Werder Bremen. Die Frage, ob Kölns Spieler Angst vor Auswärtsspielen haben, beantwortet Hans Schäfer. Ich möchte sagen, dass es uns nichts mehr ausmacht. Das soll keine Überheblichkeit sein. Wir haben so viel im Ausland gespielt, internationale Spiele. Wir haben so oft in Hexenkesseln gespielt, dass uns das nichts mehr ausmacht. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, diese Zuschauer würden uns anfeuern und dann geht es genauso gut wie zu Hause. War die zweite Saison Bundesliga schwerer als die erste für Ihren Verein? Ich glaube, dass die erste schwerer war. Schön ist, dass du Fußballspielen lacht uns im Kaffee das Glück. Und ist der Gegner geschlagen, kehren mit Ruhm wir zurück. Dann hängt der Ekel voll Geigen, freundlich schaut jeder uns ab. Und alle Hader muss schweigen und alle Sinten für Hand, wir enden sie können. Wirwire bezogen und alle Sinten für Hand, wir wollen das Freude, Wir wollen ein freudem Fest zusammenstehen, und wenn der Schicksal stürme, doch so heftig klingt. Wir wollen ein freudem Fest zusammenstehen. In der entscheidenden Phase der Meisterschaft erreichte das Pokalfieber in Deutschland seinen Höhepunkt. Während Köln unglücklich durch Los im europäischen Landesmeisterwettbewerb gegen Liverpool ausschied, vertrat München den deutschen Fußball glänzend im Wettbewerb der Pokalsieger. Alles oder nichts lautet die Devise von 1860 München im Rückspiel des Europavokals gegen den AC Turin. Und die Münchner reklamieren nach fünf Minuten Hand, aber der tschechische Schiedsrichter Dalles lässt weiterspielen. Turin geht in diese Begegnung der Vorschussrunde mit dem beruhigenden Vorsprung von zwei Toren. Diese zwei Tore gilt es wettzumachen, um ein Entscheidungsspiel zu erzielen. Oder gar drei zu schießen, um das Endspiel in London zu erreichen. Schwer ist der Boden, vielleicht ist das ein Vorteil für die Münchner Löwen. Genauso wie der starke Rückhalt der 50.000, die ihre Mannschaft anfeuern und die eben erleben, wie Brunnenmaier zu einem Kopfball kommt und wie anschließend bei der Abwehr ein Münchner Spieler unterlaufen wird. Freistoß genau an der Strafraumgrenze. Wer wird ihn treten für die Löwen? Nach elf Spielminuten eine große Chance. Und der lange, schlanke linke Läufer Lutrop, Spezialist für solche Dinge, läuft an und schießt. 1 zu 0. Unser Stadion gleicht einem Hexenfessel. Ein satter Schuss aus 16 Metern Entfernung von Lutrop durch die Mauer ins obere rechte Eck. Unhaltbar für Bieri. Wieder kommt ein Angriff der Münchner Löwen. Von links, die Flanke wird nach innen geschlagen. Auf den Kopf von Brunnenmaier. Hinüber nach rechts und da ist der Schuss. Tor! Das war der zweite Treffer für die Münchner Löwen. Nach genau 21 Spielminuten. Der Ball kommt hinüber im Querpass zu Grosser, der in halbrechter Verbindung steht. Der zu Küppers spielt. Küppers weiter zu Rebele. Rebele alleine durch. Da ein Elfmeter. 50.000 Augenpaare, starren gebannt auf den Elfmeterpunkt und auf den weiß-schwarz gepunkteten Ball. Bieri kauert auf der Linie. Lutrop macht sich bereit. Er läuft an, er schießt und durch. 3 zu 0 für 1860 München in der siebten Minute der zweiten Halbzeit durch diesen berechtigten Elfmeter. Jetzt werfen die Italiener natürlich auch alles nach vorne. Sie bekommen einen Freistoß zugesprochen. Knapp neben dem Strafraum aus Linksaußenposition. Und dieser Freistoß kommt nach innen. Und Radenkovic abgewehrt. Nachschuss. Und Tor! Es steht 3 zu 1. Einmal konnte Radenkovic die Faust dazwischen bekommen. Beim Nachschuss rettete noch einmal ein Münchner Bein. Und dann aus dem Gewühl heraus fiel der Gegentreffer. Es steht nur noch 3 zu 1. Und damit ist die Partie wieder gleich auf, wenn man das 0 zu 2 von Turin hinzu zählt. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radenkovic, Münchens populärer Torwart, wird den 5. Mai 1965 wohl nie vergessen. Zum Entscheidungsspiel gegen Turin müssen seine Löwen nach Zürich. Bei strömendem Regen liefern sich Turin und München ein großartiges Kampfspiel, bei dem König Radi wahre Glanztaten vollbringt. Er scheint tausend Arme zu haben und ist überall. Millionen Fernsehzuschauer erleben die Abwehrschlacht des deutschen Pokalsiegers, der nach einer Stunde durch Rebele zur 1 zu 0 Führung kommt. Aber bis zur Schlussminute muss die großartige Münchner Elf bangen. Dann kommt endlich das erlösende 2. Tor durch einen Elfmeter von Lutrop, als Grossau beim Alleingang im Strafraum gefault wird. Der Weg ins Europafinale ist frei. Fünf Jahre nach Eintracht Frankfurt ist München 1860 der 2. deutsche Verein, der das geschafft hat. Beginn der zweiten Halbzeit in Wembley. 100.000 Zuschauer haben eine packende erste Spielhälfte gesehen, aber keine Tore. 0 zu 0 im großen Pokalfinale zwischen München 1860 und dem englischen Pokalsieger West Ham United hier aus London. Und unter den 100.000 Zuschauern fast 15.000 Schlachtenbummler aus München, die ihren Löwen die Treue halten. Ein Tor liegt in der Luft in Wembley. Und da ist Küppers am Ball. Will noch den Torsteher umspielen. War herrlich in die Gasse gelaufen, aber er hätte gleich schießen sollen. So warf sich im Stenden in die Schussbahn und konnte den Ball noch abwehren. Lutrop am Ball. Verliert den Ball. Beuys kann abspielen zu Sile. Große Chance für Sile. Der schießt. Goal! Riesengroß der Jubel der Engländer. Der Fehlpass von Lutrop wurde abgefangen von Beuys. Beuys setzte rechtsaußen Sile ein. Und dann kam der glasharte Schuss hoch ins kurze Eck. Unerreichbar für Torsteher Radenkovitsch. 1 zu 0 für Westen United. Und zu spielen sind noch 18 Minuten. Breistoß aus 25 Metern Entfernung für Westen United. Eine Minute nach dem ersten Tor des Tages. Wer wird treten? Beuys oder Hurst? Wird es ein Hammer werden, so wie der Name der Londoner ihr Klubname lautet? Hurst läuft an. Beuys bekommt den Ball. Nach innen geflankt. Und Tor! Tor! Wieder ist es Sile. Innerhalb einer Minute der K.O. für Deutschlands Pokalsieger 1860 München. Mittelstürmer bei den Münchner Löwen ist Rudi Brunnenmaier. Und glauben Sie, dass das Absinken der Form, Herr Brunnenmaier, auf die zu große Belastung in allen drei Konkurrenzen zurückgeführt werden kann? Ja, ich glaube schon, meinen Mannschaftskameraden und mir ist das zu viel geworden. Wir mussten in 21 Tagen sieben Spiele absolvieren, also jeden dritten Tag eins, und das war zu viel. Wir wurden körperlich zu sehr strapaziert, um in den entscheidenden Phasen der Meisterschaft Pokal und Pokalmeisterschaft der Pokalsieger mitzureden. Das Stadion an der Grünwalder Straße ist nicht das schönste, aber vielleicht ein typisches Fußballstadion, ein Stück München. Ist das für die Mannschaft wichtig? Das ist sehr wichtig für die Mannschaft. Wenn unsere Zuschauer in den Chor 57, 58, 59, 60 einstimmen, entwickelt es ungeahnte Kräfte bei uns Spielern und wir steigern uns oft in einen Spielrausch hinein, den wir selbst vorher gar nicht ahnden. 50, 60, 60, 57, 58, 59, 60, ja, so flinkst im Chor. 57, 58, 59, 60, und schon geht's ein Tor. 57, 58, 59, 50, 59, 60, immer nur im Leid. Ein Verein für alle Zeit, wird 8, 60, 60, 60 sein, Ein Verein, der hat es gar nicht leid, wenn er will, dass er sein Ziel erreicht. Aber wir, wir sind da fein heraus. Die Kameradschaft, ja die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus. Das weiß auch die Tribüne und bleibt dem Löwen treu. Und immer wieder klingt das Lied aufs Neu. Die Kameradschaft, ja die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus. Die Kameradschaft, ja die Kameradschaft, ja die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus. Ein anderer süddeutscher Vertreter ist mit acht Meisterschaften deutscher Rekordmeister. Der 1. FC Nürnberg. Lange lag die verjüngte Mannschaft in der Spitzengruppe. Ist die Enttäuschung über das Nachlassen am Schluss berechtigt? Heinz Strehl, der Torjäger des Klub, ist anderer Meinung. Man kann mit dem Erfolg dieser Saison zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass wir im vergangenen Jahr um den Abstieg gekämpft haben. Nun, aber früher einmal war der Klub noch besser, da galt er als die große Technikermannschaft. Überwiegt heute nicht der Kampfgeist? Ja, ich glaube doch, dass die Technik noch im Vordergrund steht. Aber ohne Kampf geht es nicht. Die Rot-Weiße Pahne mit Scholz, Blau und Maas, es klattern ihr Wimpel im Wind. Sie können geschäftig und ohne Verrast das Meister ihr Wiedersinn. Der erfolgreichste Klub der Nachkriegszeit ist Borussia Dortmund. Drei deutsche Titel schaffte sonst niemand. Für die knapp entgangene vierte Meisterschaft revanchierte man sich diesmal im Pokalendspiel. Glanzvoller Abschluss einer ereignisreichen Fußballsaison. Das deutsche Pokalendspiel in Hannover. Bei strahlendem Sonnenschein und in Anwesenheit des Bundespräsidenten, der zum ersten Mal bei einem Fußballspiel dabei ist, stehen sich Borussia Dortmund und Alemannia Aachen gegenüber. Also David und Goliath, wenn man es so nennen darf. Denn Alemannia Aachen gehört zur Regionalliga und Borussia Dortmund ist eine der Spitzenmannschaften der Bundesliga. Angriff der Dortmunder. Abseits oder nicht? Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter, denn der Linienrichter hatte die Fahne nicht hoch. Und da drückt Schmidt den Ball ins Tor über den herausstürzenden Prokop. 1-0 für Borussia Dortmund. Torstütze mit. Große Freude der vielen tausend Dortmund-Anhänger und Bestürzung bei den anderen, denn man hatte einen Abseitspfiff erwartet. Jetzt ein Angriff der Borussen auf der linken Seite. Was wird linksaußen Emmerich machen? Er zögert. Und da schießt er. Aus 20 Metern hoch ins kurze Eck. Tor. Das ist das 2-0. Das ist eine Art Vorentscheidung nach bereits 18 Minuten. Torstütze Emmerich. Der Pokalgewinn also als Trost für die entgangene Meisterschaft. Wen schätzt und fürchtet Dortmunds Spielführer Aki Schmidt in Deutschland am meisten? Ja, der Lieblingsgegner, das kann man wohl sagen, könnte der HSV sein, weil wir durch den HSV zu manchem Endspiel gekommen sind. Und der Angstgegner, der könnte wohl sein Hannover 96, da wir zweimal gegen Hannover 96 verloren haben. Wir ziehen Vergnüge und froh dahin, Schwarz-Gelb ist unsere Tracht. Wir haben stets einen heileren Sinn, sind lustig nie verzacht. Wir können eine Feindschaft nicht, wir schaffen Hand in Hand. Stets ruhig Blut, ein froh Gesicht, ist jedem wohl bekannt. Wir halten fest und träumen zusammen, weil ein Hurra, Borussia! Und keine Schichter, wir können sagen, weil ein Hurra, Borussia! Die überragende und zuverlässigste Mannschaft überhaupt war Werder Bremen. Von Trainer Moldhaub glänzend in Kondition gebracht und mit dem modernen 4-2-4-System vertraut gemacht, waren die Bremer über zwei Drittel der ganzen Spielzeit Tabellenführer. Das spricht für die Beständigkeit der Mannschaft, die zum ersten Mal beim 2-1-Sieg in Dortmund im November aufhorchen ließ. Im April fiel gegen den Pokalsieger München eine wichtige Vorentscheidung. Bis weit in die zweite Halbzeit stand es 2-2 durch vier Tore der Außenstürmer Heiß, Zebrowski, Kraus und Schulz. Aber dann fiel die Entscheidung. Jetzt ist Werder am Drücker. Zebrowski wird angegriffen von Patzke. Ist an ihm vorbei und kann flanken. Flankt nach innen. Schuss! Aber der Treffer gilt nicht. Der Treffer gilt nicht. Die Vorteilregel blieb unbeachtet. Es gibt nur einen Freistoß aus Rechtsaußenposition. Schulz dreht ihn nach innen. Abgewehrt. Nachschuss von Schulz. Auch abgewehrt. Und dann rutscht der Ball weit hinüber zur linken Seite, wo ihn Schulz knapp vor der Außenlinie erreicht. Und zurückspielt zu Höttges. Höttges in den Strafraum hinein. Aber gleich drei Stürmer, nämlich Matischak, Zebrowski und Schulz stehen abseits. Ja, das ist moderner Fußball. Vor einer Viertelstunde völlig anderes Bild. Und jetzt stürmt Werder Bremen. Jetzt liegt das 3 zu 2 in der Luft. Dann kommt der Ball zu Werders. Außenläufer Lorenz. Der verliert den Ball, aber Jagielski steht hinter ihm. Gibt weiter zu Höttges. Der Verteidiger mit aufdrückt. Schuss! Ball! Auch dieser Treffer gilt nicht. Wegen Foul. Schiedsrichter Ott aus Rheinbrohl hat Mut. Er hat das Rempeln des Werder-Stürmers gesehen und erkennt auch diesmal den Treffer nicht an. Immer noch steht es 2 zu 2. Und wieder Bremen von der linken Seite aus, die wohl heute die gefährlichere ist. Schulz wechselt die Seite, gibt hinüber nach rechts. Aber Patzke steht richtig, bevor rechts außen Zebrowski den Ball annehmen kann. Heiß hat ihn sich in Höhe der Mittellinie geholt. Sein Abspiel ist ungenau. Brunnenmeier kommt nicht an den Ball. Matischak hat ihn. Wagt einen Schuss. Ein Eigentor. Eigentor der Münchner. Reich oder Bender hatten das Bein dazwischen. Als Matischak einen harmlosen Roller aus 25 Metern abschickte, Radenkovic in die andere Ecke hechtete und in die entgegengesetzte Ecke fliegt der Ball. Das ist Pech für München. Glück für Bremen. 3 zu 2, 20 Minuten vor Spielende. Lass uns heute spüren, in die Herzen schreibt es ein. Unsere Jugend schöne Leeren sollen unvergessen sein. Wenn uns rot, wir von Gefahren, wenn auch Wolken uns umziehen. Leiten immer uns zum Warnen, unsere Farben grün, heils grün. Leiten immer uns zum Warnen, unsere Farben grün, heils grün. Einen Monat später, am 8. Mai, kam Bremens größter Fußballtag überhaupt. Mit dem entscheidenden Spiel gegen den Titelanwärter Borussia Dortmund. Die erste Viertelstunde gehört Werder. Klöckner dringt nach innen, hat den Ball angenommen, spielt die zu Matischak. Der nach innen, abgewehrt, aber immer noch ist Werder in Ballbesitz. Durchferner, nach innen geflankt, Wessel in der Luft und holt sich die gefährliche Flanke. Nun schon die vierte Ecke für die Werder-Mannschaft. Werder, sturmkompromisslos, weiß um seine Chance. Aber Borussia ist routinierter, ist vielleicht auch kälter. Warten wir ab, Eckball nach innen und Ball! Matischak hat die Ecke eingeköpft, stand ungehindert. Und aus 8 Metern Entfernung kam der harte Kopfball ins linke Eck. Wessel, der kleine drahtige Torsteher, streckte sich vergebens. Und in der 14. Spielminute führt Werder Bremen, der Spitzenreiter, gegen Borussia mit 1 zu 0. Werder, steilangriff, nach vorne gespielt, auf Klöckner, der vorbei an Wessel. Das ist das 2 zu 0, fast mit dem Halbzeitpfiff. Er zielt durch Linksaußen, Klöckner. Völlig überraschend ist dieser zweite Treffer gefallen. Werder stürmt durch Ratteschak. Werder, Werder da innen, boah! Das ist die Entscheidung in Bremen. Matischak zu Ferner. Ferner da innen. Kopfball von Zebrowski. Tor 3 zu 0. Mit einem Kopfball hat es angefangen. Und mit einem Kopfballtor hört es auf. Werder Bremen schlägt den großen Rivalen aus Dortmund. Im letzten Heimspiel. Und Sekunden vor dem Abpfiff. 3 zu 0. Für Werder Bremen. Ohrenbetäubender Jubel. Das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Hunderte, tausende stürmen das Spielfeld mit grün-weißen Fahnen. Denn Köln gegen Nürnberg. 0 zu 0. Das ist praktisch die deutsche Meisterschaft für die grün-weiße Werder Elfers Bremen. Sie hat es wahr gemacht, der Stadt Bremen zur 1000-Jahr-Feier die deutsche Meisterschaft zu bringen. Werder Bremen also nun deutscher Meister. Werder Bremen die Mannschaft der Nationalspieler. Und einer soll für sie alle sprechen. Wie denkt die Mannschaft an diesen stolzen Tag? Seppel Piontek. Wir freuen uns natürlich alle riesig darüber. Wir haben es nie richtig geglaubt. Wir haben es höchstens gehofft. Aber heute sind wir stolz und wir freuen uns. Bei diesem Überblick zur Bundesliga-Saison 1964-65, bei dem Glückwunsch an den neuen deutschen Meister, darf das Wort des verdienstvollen Vereinsvorsitzenden Alfred Ries auf dieser Platte nicht fehlen. Ich bin stolz auf diesen Tag, an dem die Werder Mannschaft die deutsche Meisterschaft errungen hat. Und ich freue mich auch besonders für unsere Vaterstadt Bremen, die in diesem Jahr ihr tausendjähriges Bestehen feiert. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. 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 So ein Tag, der dürfte nie vergehen.